In diese BW-Lobby-Mühle. BW-Mühle. So. Jetzt pass auf, jetzt hauen wir rein. Ich geh lila. Ich geh lila. Hört's auf! Wir müssen in unterschiedlichen Tiefen. Bedwarskills, aber irgendwas. Ist dein Name in Tab auch abgehackt? Äh, ja. Spieler Glenn. Ich hab's einfach nur Eili, alles klar. Glenn und Eili. Hä? Hä? Scheiß, Admin da. Oh nein. Ey, wo wird er noch ein Spiel? Oh! Es funktioniert. Ey, ne krasse aus dem Internet-Anne-Map. Nice. Erkennst du die, du? Wann sich bei dem Villager eine Super-Karotte kaufen bei Schwertern. Hä? Und zwar nur das. An mir kommt der... Dich vorbei. Ey, der stresst mich gerade. Der soll doch weggehen. Oh, er ist schon wieder da! Alter, der fuckt mich gerade dezent ab, ne? Ich hab' den Film! Ja! Ich hab' den Film! Ich hab' den Film! Das ist schön. LOL! Alter, was gibt's da für nichts?! What the fuck?! Hab ich mir auch grad gedacht! Was?! Was?! Ich hab dich nicht einmal getroffen! Der wohnt gerade mein Bett ab. Hey, dann helft mich voll. Der soll mal gehen. Wir wollten alleine spielen. Ja, ich bin tot. Hä, echt jetzt? Kannst du noch zugucken? Ja. Wenigstens das. Mal gucken, ob ich ihm den Weg blockieren kann. Der ist in der Mitte, genau. Er ist doch grad eben schon mal runtergefallen. Hattest du den Weg vorhin? Los, gib ihm! Gib ihm aufs Mal! Easy gewonnen. Easy. Hier, gib mal eins plus eins mehr. Hey, du bist in der Warteschlange. Alter! Alles klar? Wow, Warteschlange. Was ist das denn?! Wir haben einen scheiß Anti-Hack-Plugeln! Wollst grad hacken, oder was? Nein! Man kann einfach schon... Achso, ich soll stehen bleiben. Alles klar. Weißt du, du kannst einfach schon rumlaufen. Das steht einfach nur im Chat, dann bleib stehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Da kannst du dich reinstellen und Leute können einen Screen mit dir machen. Ist halt die Cloud von Gomme. Bisschen. Hä, wer will denn Screens mit solchen YouTubern haben? Wollte noch nicht mal einen Screen mit dir haben. Bist du... Hallo? Tschüss? Oh, ganz im Ernst, was für ein Hurensohn! Wer war das? Wer war das?